So, im Abschnitt 8 geht es wieder mal los, weiter, beziehungsweise, ja, in den Krankenstation. Es sind ihre Söhne. Es sind ihre Söhne. Brüder, sie haben keine Ahnung. Der Ältere sieht schwach aus. Ich bezweifle, dass er es überlebt. Es ist eiskalt auf Englisch, ich kann es nicht glauben. Wir reden eiskalt Englisch. Bei mir Deutsch. Auf jeden Fall, also ich habe die Komplettlösung mal kurz durchgeblättert bei Spieletipps.de, kennst du sie ja sichern, ja? Ja, ja, klar, klar. So, aber die haben anscheinend nur bis beim Flughafen die Komplettlösung gemacht, ja? Anscheinend nicht weiter, weißt du? Ich habe mir ein Let's Play angeschaut. Wow, guck mal, wo ist es für dich? Ja, geil. Ich habe bei YouTube, da habe ich jetzt hingeschrieben, 4-3-Together, Koop, ne? Und da hatten die Parts bis 40 gehabt oder so, das war schon lang. Ja, stimmt. Bei Gronkh habe ich es auch mal geguckt. Der hatte, keine Ahnung wie viele Parts, auf jeden Fall mehr als so 36, ne? Weil, deshalb finde ich auch, dass das ein bisschen lange dauern wird. Ja, etwas länger, ja. Ungefähr halt so wie Crisis, ungefähr so 7-8 Stunden, so wie Crisis halt. Ja, die Lichtstimmung gefällt mir auch gerade sehr, also, sieht sehr cool aus. Guck, wie das Licht hier so reinschimmert und so und dann alles so alt und so mit Steinen. Finde ich sehr geil. Ja, okay, wo geht es weiter? Wir müssen, glaube ich, hier runter, oder? Okay, siehst du das? Ja, du machst da irgendwas. Du kannst den anstupsen, ne? Die Reifen da. Genau. Dann müssen wir wahrscheinlich wohl geradeaus gehen. Hier, Hebel betätigen. Seelenband. Zack. Schön. Kein Problem, so. Da ist ein Hebel, aber ich kann den nicht betätigen. Verstehe. Egal. Vielleicht muss ich den machen, oder so, ne? Oder wir sollten uns am besten erstmal umschauen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Könnte ja sein, ne? Böcki, ich bin eingesperrt. Hilf mir mal. Ich bin eingesperrt. Zack, offen. Oh, da sind wieder die Ratten hier. Guck, tot. Leiser. Cool. Okay, was gibt es hier drin? Nichts, oder? Ist das nur so ein Abstellraum, oder so? Ja. Langweilig. Wir wollen Action. Genau. Wir brauchen sie. Die gute alte Action. So. Ich suche hier ja schon ein bisschen ab, aber ich finde nichts. Kannst du den betätigen, den Hebel? Oder? Probier mal da. Recht. Hier auch. Wir haben hier ja noch einen Hebel. Ja, können wir anscheinend jetzt noch nicht. Oder vielleicht gar nicht. Könnte auch sein. Hm. Lol. So, hier ist auch geschlossen. Wie ist das Schild verrät? Ja. Ah, hier hinten könnten wir weiter. Doch, lade. Genau. Hier, genau. Aber hier ist alles geschlossen. Okay, dann müssen wir hier weiter rein. Da müsste es weiter gehen. Lol. Da erscheinen Ärzte. Ja. Im Spind ist leider nichts drin, was man mitnehmen kann. Und im Rucksack kann man leider nicht durchsuchen. Ja. Also wie bei The Last of Us. Lol. Ah, das ist doch dieser Ort, ne? Sie haben uns hier beobachtet. Da haben sie eingesperrt sind. Stimmt. Jetzt können wir das wenigstens live miterleben. Ja. Oh, die werden ja auch aufgenommen. Ja, sicher. Vor der Kamera. So. So, was machen die jetzt hier noch? Kann hier eigentlich schießen. Auf jeden Fall nicht raus. Ich weiß nicht, warum. Die Scheiben kann ich nicht zerschießen. Ja. Lol. Egal. Da müssen wir halt ein bisschen hier warten, oder? Oder woanders gucken. Ja, okay. Das war es dann auch. Ja, hier. Kino ist vorbei. Beziehungsweise da füllen. Hier ist weiter hier lang. Alter. Oh. Boah, das hat mir Leben abgezogen. Da fug. Erinnerungen an diesen Ort und an ihn ausradieren. Was geht? Ja, nicht viel. Und bei dir? Oh. Jetzt kommen hier wieder die Viecher. Ich gucke mal hier hinten. Ich habe voll den roten Bildschirm, ey. Boah, lauter Dings. Schwächen und so. Alter, ich werde... Die... Ich bin gleich staunt, ey. Ja, ich wurde auch gerade verwundet, ey. Bei mir sieht man schon die Adern. Die roten Adern hier. Ja, bei mir auch. Was geht hier ab, Alter? Wir müssen natürlich jetzt den Hebel betätigen. Ja, Moment. Da vorne, sieh, sieh, sieh sich schon nicht. What the fuck? Du hast Mundgeruch, wusstest du das nicht? Mundzus stinkt. Damit hast du vielen Leuten eingefallen. Genau. Alter, die schlagen mich hier. Was von ihnen gebetet ist. Alter, ich bin gleich tot. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Ah, bewegt dich schneller, ja. Genau hier hat er uns an unsere Grenzen gebracht. Lol. Wieder in die Haut, ey. Boxen. Ja, Mann. Was für ein Bauer, Alter. Oh. Dinge, K.O. Ja, gelitten. Alter, mit dem Blumentopf, oder was das war. Oder ein Eimer. Der haut den Eiskalt nur, nur weil er verloren hat. Okay. Das wär's dann wohl jetzt. Dix da. Nee, die kann man nicht killen. Ich weiß. Was ist das denn? Halte E, um Änderung zu zerstören. Hier war auch gerade wieder ein Seelenband. Guck mal hier. Ja. Guck mal. Halte E, um Änderung zu zerstören. Nice, Alter. Das leuchtet so schön rot. Bam. Das war's dann wohl, mit der Änderung. Der hat bei mir... Warte mal. Nach der... Liebe Freunde, nach der Aufnahme. Dr. Wade irrt sich. Man kann ihm nicht widersprechen. Dr. Wade hat keinen Zugang zu ihm. Der zweite ist stärker. Jo. Der erste Prototyp ist nur Schrott. Nach dem Training wird erstmal hier schön trainiert. So läuft der Hase. Und noch... Slippery when wet. Leider gibt's hier keinen Standfahrrad. Ja, liebe Freunde, wir beide trainieren natürlich. Wir... Wir sind keine fetten Säcke wie Pete's Meat oder so. Genau. Musste ja auch mal so am Rande gesagt werden. Ja. Training ist wichtig, finde ich. Das gehört auch dazu, zum Leben, ja? Ja. Vor allem macht's auch Spaß. Lass mich, lass mich in Ruhe. Wir müssen die Beleuchtungen da verfolgen. Stimmt. Hier hat er mit uns gespielt. Wir waren für ihn nichts anderes als ein Experiment. Konzentration. Lol. Was machen die denen am Kopf, ey? Ich check's auch grad nicht. Irgendwie wird der gequält oder so. Oh, scheiße. Mit Strom. Ja, jetzt ist er dauernd. Zeig mir, wie besonders du bist. Oh, je. Der Arme. Das wär's dann wohl. Ja. Und ich lösche die Erinnerungen. Gute Idee. Buch zerreißen. Ich kann die nicht löschen. Zack. Der zweite Prototyp ist stärker. Der zweite Prototyp ist stärker. Er ist der Favorit. Was ist mit dem ersten Prototypen? Er wird den ersten entfernen. Er ist nutzlos. Der zweite ist... Er wird den Schwachen entfernen. Scheiße. Aber was? Geil dir mal ab und zu mir ran, ey. What the f... Lass mich doch mal in Frieden, ey. Was hab ich euch getan? Oder ich? Oder ich? Du kannst auf der molekularen Stufe zerstören. Ich weiß, dass du das kannst. Wollte schaden mir, ey. Fände und ich würde das Objekt auf den Fernseher kommen. Warte mal. Das sind wir uns jetzt ehrlich. Das sind wir als Kinder, ja. Wie doll, alter. Wie doll. Eis kalt, ne? Weil bei Meldung, da war so so eine Meldung, der stand so, finde und löscht deine Erinnerungen. Ich stand da. Und da wir ja da vorne ja auch zwei Jungs sehen können und dadurch auch mein Bruder bist hier im Spiel, schätze ich, dass wir das sind. Könnte auf jeden Fall sein. Hier ist er ein Band. Auch. So. Und ich lösche das jetzt. So. Und ich will zusehen, wie du das tust. Die Spielzeugwaffe. Ja. Verstört.